Das Deutsche Rote Kreuz ruft aktuell dringend zum Blutspenden auf. Aktuell sei die Versorgung nicht gesichert, jede Blutspende daher wichtig. Wer spontan Blutspenden möchte, hat morgen von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Festhalle Rottenburg die Gelegenheit dazu. Erstspender und Spender, die einen Erstspender mitbringen, werden vom DRK-Blutspendendienst mit einer Kinokarte beschenkt. Wer spenden möchte, sollte ausreichend getrunken und gegessen haben sowie über 50 Kilo wiegen. Wer es morgen nicht einrichten kann, kann auch auf der DRK-Blutspenden-Homepage nach passenden Terminen suchen oder bei der stationären Blutspendezentrale in Tübingen vorbeischauen.